Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei dem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Finger weg von Sofortkrediten ohne Schufa. Das heißt quasi eine kleine Fortführung vom letzten Infovideo. Dubiose Unternehmen aus dem EU-Ausland werben im Internet für schufafreie Kredite, die angeblich sofort ausbezahlt werden. Versprochen wird häufig auch eine goldene Kreditkarte. Doch Vorsicht, meist handelt es sich um Abzocke. Verbraucher erhalten kein Geld, sondern, wenn sie Glück haben, eine völlig überteuerte Prepaid-Karte. Es fängt mit Werbung an. Die Kriminellen in sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter verbreiten. Verbraucher werden aber auch per E-Mail oder mit Telefonanrufen kontaktiert. Die Masche ist immer das Gleiche. Es wird der Eindruck erweckt, dass man ganz unproblematisch und schnell zu Geld kommen kann. Selbst Arbeitslose und Personen mit geringem Einkommen oder einem negativen Schufa-Eintrag. Wer online auf die Werbung klickt, wird auf eine Webseite des Anbieters weitergeleitet. In einer Bestellmaske kann man dann die persönlichen Daten eingeben. Genauso auch der Wunsch, in welcher Höhe man eben diesen Kredit ausgebezahlt haben möchte. Hier ein kleiner Beispieltext eines unseriösen Kreditversprechens. Es ist so einfach. Daten eingeben, Ausweisdokument hochladen und schon in wenigen Tagen später ist die goldene Mastercard bei dir. Ganz ohne Schufa. Und ganz ohne Prüfung. Und auch wenn die Bonität nicht ganz so toll ist. Garantierte Kreditvergabe. Ohne Schufa. Kredite bis 7500 Euro. Teure Prepaid-Karte statt Kredite. Auf ein Kredit warten Verbraucher aber vergeblich. Das Einzige, was Kunden erhalten, ist ein kostenpflichtiges Paket aus dem europäischen Ausland. Im Päckchen enthalten eine leere, also unaufgeladene Prepaid-Karte ohne Guthaben. Tja, ist diese Karte nichts wert. Und nur ein wertloses Stück Plastik. Und dafür muss man auch noch Gebühren und Geld zahlen. Zusammen mit einer Jahresgebühr liegen die Kosten oft bei gut 100 Euro für ein Stückchen Plastik. Zweifel bekommen Betroffene meist erst dann, wenn der Postbote vor der Tür steht. Wer die Bezahlung der Kreditkarte verweigert, bekommt es schnell mit Inkassobüros und Rechtsanwälten zu tun. Die teils überzogenen Mahngebühren sind oft genauso hoch wie die Anschaffungskosten für die teure, billige Prepaid-Plastikkarte. Betroffene sollten das Paket per Nachnahme nicht annehmen und schnellstmöglich widerrufen. Tatsächlich sind häufig Flüchtlinge davon betroffen. Mit dieser Betrugsmasche werden gezielt einkommensschwache Menschen über den Tisch gezogen. Nach den Erfahrungen des EVZ Deutschland trifft es häufig Flüchtlinge, die im Internet nach Möglichkeiten suchen, um an Geld zu kommen. Sprachliche Probleme erschweren es, die Kostenfalle zu erkennen. Hierzu kommt, dass die Anbieter auf ihren Webseiten gezielt täuschen. So wird etwa mit großen Buchstaben und mit Fotos von Luxusartikeln wie Smartphones, Uhren und Autos geworben. Ein deutlicher Hinweis auf eventuelle Kosten fehlt komplett. Erst in sehr klein gedruckten Fußnoten und unübersichtlichen AGBs, also allgemeinen Geschäftsbedingungen, werden Vertragsdetails ersichtlich. Im Jahr 2018 gab das Landgericht einer entsprechenden Klage statt und verurteilte einen solchen Kreditvermittler aus den Niederlanden zur Unterlassung mehrerer für den Verbraucher irreführenden Werbeaussagen. Die Betrugsmasche hat dies allerdings keinen Abbruch getan. Erkläre auf jeden Fall den Widerruf. Wenn du einen Sofortkredit oder eine Kreditkarte bestellt haben solltest, kannst du dich hiervon wieder lösen. Handle schnell. Du hast zwei Wochen Zeit. Denn wer im Internet einen Vertrag abschließt, dem steht ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Hier wird oft angenommen, dass das Widerrufsrecht im Internet 30 Tage beträgt. Dem ist allerdings nicht so. Das Fernabsatzgesetz besagt 14 Tage Widerrufsrecht. Das heißt, der Körfer kann den Vertrag innerhalb dieser Frist kündigen. Ein Grund muss der Kunde hier nicht angeben. Der Anbieter muss den Verbraucher auch klar und deutlich über diese Möglichkeit des Widerrufs informieren, zum Beispiel auf seiner Webseite. Tut er dies nicht, haben Verbraucher theoretisch sogar ein Jahr und 14 Tage Zeit, um den Vertrag rückgängig zu machen. Bedeutet, in kurzen Worten werdet ihr darauf nicht hingewiesen. Zum Beispiel beim Handyvertrag oder hier in diesem Fall beim Kreditvertrag, dass ihr ein 14-tägiges Widerrufsrecht habt. Manche Verkäufer, muss man dazu sagen, bieten freiwillig 30 Tage an. Das ist aber dann freiwillig. Schreiben die aber gar nichts auf die Webseite. Dann habt ihr ein Jahr und 14 Tage Zeit, das Ganze im Rückgang rückgängig zu machen. Der Widerruf sollte am besten per E-Mail mit Lese- und Übermittlungsbestätigung erfolgen. Dazu hatte ich schon mal ganz kurz einen Beitrag gemacht oder das zumindest erwähnt. Diese Lese- und Übermittlungsbestätigung, die hat nicht jedes Postfach und wird eigentlich kaum benutzt. Also am besten, also wer es richtig machen möchte, daher mit einem Einschreiben. Kostet allerdings daher Geld. Lehnt der Anbieter den Widerruf ab oder kommt ein Inkassoschreiben, können sich Verbraucher an das Europäische Verbraucherzentrum, also EVZ Deutschland, wenden. Das EVZ hilft auch schon dann, wenn Unsicherheit darüber besteht, an welche E-Mail-Adresse der Widerruf geschickt werden muss oder die Postadresse ist nicht ganz klar. Denn häufig wird dies in unübersichtlichen Briefen und Rechnungen nicht so wirklich ersichtlich. Auch wenn du nichts bestellt hast und eine Prepaid-Karte zugeschickt bekommst, nutze vorsorglich das Widerrufsrecht. So kannst du dich vor Kreditbetrügern schützen. Denn wenn du keinen Widerruf einreichst, also das Ganze widerrufst und da steht dein Name drauf, naja, dann ist nach 14 Tagen der Drops gelutscht und du musst bezahlen, auch wenn du es nicht warst. Und hier wird die Beweislast ziemlich schwierig, denn du musst beweisen, dass du diesen Vertrag nicht abgeschlossen hast. Daher widerrufe auf jeden Fall jeden Vertrag, über den du nicht Bescheid wusstest und der trotzdem ins Haus flattert. Sei auf jeden Fall skeptisch bei Angeboten, die zu schön sind, um wahr zu sein. Lese auch das Kleingedruckte und prüfe die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also die AGB. Des Anbieters. Suche im Internet nach Erfahrungsberichten anderer Verbraucher. Denn hier lässt sich oftmals der Betrug ziemlich schnell erkennen. Denn sicherlich ist ganz klar, viele Bewertungen im Internet sind nicht immer ganz richtig. Das betrifft die positiven als auch die negativen Bewertungen. Aber unterm Strich ist immer ein bisschen Wahrheit mit dabei. Sind genug Bewertungen über dieses Unternehmen zu lesen, also beispielsweise mehr als 100 Kurznachrichten und Bewertungen eben dazu, kann man sich sicher sein, dass dabei schon irgendwo auch ein paar Ware dabei sein werden. Gebe also den Namen des Unternehmens oder die Webseite, bei der du vermeintlich bestellt hast, bei Google oder bei einer anderen Suchmaschine ein. Bei Betrügern findet sich meist schon ganz schnell der negative Beitrag. Wenn eine Repaid-Kreditkarte per Nachname zugeschickt wird, die du nicht bestellt hast, dann nimm diese Karte auch auf keinen Fall an. Erkläre gegenüber dem Anbieter den Widerruf, also trotzdem, auch wenn du das nicht angenommen hast, wenn du deine Bestellung wieder rückganglich machen möchtest oder eben auch gar nicht erst bestellt hast. Wenn du ein Inkasso-Schreiben per Post bekommen solltest, solltest du dieses auf keinen Fall ignorieren, kontaktiere schnellstmöglich das EVZ. Die Hilfe dort ist kostenlos. Bedenke auf jeden Fall. Einen Kredit erhältst du nur dann, wenn du diesen auch zurückzahlen kannst, und zwar mit Zinsen. Zinsen sind Gebühren, die man zahlen muss, wenn man sich Geld leiht. Und niemand verleiht Geld, ohne dass er eine Sicherheit hat, dass er dieses Geld auch jemals zurückbekommt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Kreditinstitut einen Kredit vergibt, wenn die Bonität, also das heißt die Zahlungsfähigkeit, nicht gegeben oder unklar ist. Aus diesem Grund gibt es eben auch die Schufa. Was ist die Schufa? Schufa ist die Abkürzung für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Bei ihr werden Daten gesammelt, unter anderem von deutschen Verbrauchern. Neben persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift und so weiter, werden bei der Schufa auch Informationen zu öffentlichen oder eröffneten Girokonten, Kreditverträgen, Handyverträge oder offene Forderungen gespeichert. So können Unternehmen, aber auch Vermieter und andere potenzielle Vertragspartner in Erfahrung bringen, ob jemand zahlungsfähig ist. Dies kann man als Unternehmer gegen eine kleine Gebühr tun. Also, ob es wahrscheinlich ist, dass jemand zum Beispiel einen Kredit vollständig und fristgerecht auch wieder zurückzahlen kann. Brauchst du Geld? Lasse dich von deiner Bank beraten. Ob und zu welchen Bedingungen du einen Kredit bekommen kannst. Gibt es Faktoren, die deine Kreditwürdigkeit negativ beeinflussen, kannst du dich an einen sogenannten Schuldenberater wenden. Städte und Gemeinden, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz und so weiter. Also hier gibt es tatsächlich auch kostenfreie Schuldenberatungen, oftmals von der Stadt selbst. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurer Umgebung und dem Umfeld auf eine dieser Maschen hier hereinfällt. Informiere daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Masche gibt. Und umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir niemals allemann verstehen werden, wie man auf sowas hereinfallen kann. Allerdings gibt es ja die Opfer. Und davon auch nicht zu wenig. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter. Und direkt auch im Chat oder per SMS mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne meinen Kanal, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schaue dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!